You've seen that makina aren't the answer then once we beat sin we're coming back Hey Freunde der fantastischen Rollenspiel ich freue mich dass du wieder eingeschaltet hast in der neuen Folge Final Fantasy X in der letzten Folge waren wir dabei und haben uns den Weg hier her gebnet haben noch meinen Kampf mit Belchema Belchmena gehabt mit bestias und ja jetzt wollen wir mit einem Schnu über den Moonflow übersetzen los geht's Ball aboards Duh, duh. Dann hat er sich alles auf den Boden gesessen. Genau, eine gute Übung. Eine Übung? Ja. Warum bauen eine Stadt über eine Riefer, ja? Äh, also wäre es便宜, mit all dieser Wasser da. Nein, das ist nicht warum. Sie wollten einfach prüfen, dass sie die Regeln der Natur können. Hm? Ich bin nicht so sicher. Ja, das ist schon. Ja, aber du benutzt auch die Machina? Wie die Stenium und was, nicht? Ja, das ist schon. Ja, das ist schon. Ja, Jäven, es entscheidet. Welche Machina wir nutzen, und welchen wir nicht nutzen können. Also, welchen Machina wir nicht nutzen können, dann? Erinnerst du Operation Meehan? Das Kind. Oder Krieg wird wiederum. Krieg? Mehr als 1,000 Jahre vor, Menschen gewandt Krieg, mit der Machina zu töten. Sie haben immer mehr und mehr Powerful Machina. Sie haben die Weapons so Powerful, es war gedacht, dass sie die ganze Welt verletzten könnten. Die Menschen verletzten, dass Spiro würde sie verletzten. Aber die Krieg war nicht stopt. Was ist dann? Was ist dann? Sägen kam, und es verletzten die Stadt und ihre Machina. Die Krieg hat Ende, und unsere Reward war das Sägen. Also, Sägen sind die Verletzungen für die Dinge aus der Hand zu lassen, eh? Jep. Ja, es ist. Aber es ist nicht, wie die Machina sind schlecht. Nur so schlecht wie ihre User. Es ist, weil die Menschen, wie die Outbedingungen, die alles aufhören. Was... Was hat uns da jetzt beschworen? Sägen. Oh, ich hoffe, Waka ist gut genug gelevelt. Jep. Ah, wir sind jetzt mal nur zu zwe... Ah, beides sei voll geladen, das ist gut. Huht. Blitz. Uh, geradezu. Oh, nö. Elemente könnte gut sein. Ich muss auf links gehen. Mist. Ha. Nicht ganz, wie ich es wollte. Aquashooter. Bringt mich. Einmal kurz anfahren, dann gebe ich noch hast auf beide. Blind wird nicht viel bringen. Wir können es mal ausprobieren. Aber es ist eine Magina. Die sollte nicht blind werden. Ob ich dich selber erstmal hasse. Das glaube ich eher nicht. Detonator. Ab jetzt sollte es aber easy sein gegen ihn. Ich hätte auch nur einen Angriff noch gebaut, dass er abgesunken wäre. Super. Er nimmt Schad und taucht unter. Ah, ist gleich vorbei. vorbei. Perfekt geschafft. Ja, gerade so. Oh, Waka. Waka. Waka hat es immer noch nicht gecheckt. Das ist also Lady Yuna. Ah, Schneeher. Kein Wunder, dass sie es auf eine so wichtige Persönlichkeit abgesehen haben. Richtig? Nö, gerade. Ach, glaube ich nicht. Ich hoffe mal nicht. Ja, du erzählst immer nur das gleiche. Ne, wird auch nicht. Ihr wurde von der Alpette überfallen. Seid ihr auch überklickt? Nur durch die Anwesenheit. Es scheint die Furcht zu überfliegen. Wie wäre es, wenn ihr Zipraska-Banker hattet? Ich möchte nicht miterlegen, wie Lady Yuna die Stellzeit eintritt. Äh, ich. Aber die Bestellte ist eintritt. Alter, Leute. Hallo? Ah, da kann ich lang. Ihr habt eine maginate Alpette zerstört? Sehr gut. Seid gesegnet. Von ihr werden. Wir müssen die Wachen verstärken, damit die Alpette nicht hier herumlungern. Der Alpette sind hinterhalte geraten, die ihre Schielaugen hinter Brüllen verbergen. Ah, das wäre ein bisschen interessanter, aber nö. Schlafen tut er schlug. Warten wollt ihr, bis er erwacht? Nö. Ich hatte mich gewundert, warum oft nicht so das seid, dass wir keine Halsabschneider sind. Aber ich mich versah, hatte ich von dem Typen dort schon tonnenweise Zeug gekauft. Er hat billigere Preise als die anderen, aber irgendwie ist er mir nicht geheuer. Mach mir nicht. Nach fünf Jahren endlich sah ich meine Tochter, die mir von Singen genommen wurde, wieder. Ich muss schon sagen, ein wundersamer Ort, dieses Bad Salam. Ich habe meine Tochter wieder gesehen. Jetzt kann ich jederzeit in Ruhe ins Abiss. Okay. Ah, da liegt doch was. Bad Lexikon 12. Titus 9, Albert. Ja, Mann. Das habe ich noch gesehen. Kennen wir? Okay, doch nicht. Ich weiß gerade gar nicht mal, wie ich das... Lady Jula scheint eingetroffen zu sein. Man spürt für mich die Erregung des Volkes. Das große Erbe des Vaters und zudem vom Volk lieb, geradezu perfekt. Verzehr, vergessen Sie meine Gerede. Sie werden kürzen und kürzen mehr erfahren. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich bei der Birke weitermache oder nicht. Ich wollte die Sache mal ein bisschen mit jemandem bereden, aber ob das richtig ist. Mein eigenes Leben muss ich wohl selbst bestimmen. Geben wir mal... Zehn? Ja. Quartus Lamp ist ganz in der Nähe, doch auf dem Weg sind viele Monster. Ich gebe euch den Rat, gut gewappnet zu sein, bevor ihr aufbrecht. Ihr werdet den Pilgern, die den Tempel von Quartus Lamp besuchen, geleitet werden. Ja, okay. Wir haben eine neue Spielerin auf jeden Fall für unser Blitzball-Team. Finde ich schon mal nice. Kann ich jetzt hier weiter oder nicht? Irgendwie löst sich die Versammlung noch nicht auf. Nee, gut, dann gehe ich mal alleine weiter. Isst doch mir Wurst. Soll Jula halt dort bleiben. Da ist eine Truhe. Die kennen wir doch. Tidus. 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 Ich dachte, dass ich das gut ist, in der dritten Zeit. Riku. Du bist Riku. Hey! Du bist gut! Wie hast du? Schrecklich. Ja, du hast du nicht so leid. Was passiert? Du mich die Hände. Tidus. Haha Friend of yours Uh, you could say that Pleased to meet ya, I'm Riku Yuna, Lulu, I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid She's in our bed Wow, so you like all your life What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon Ah So, uh, Riku Look a little beat up, you okay? Uh, Wakka Huh? What? There's something we need to discuss Oh, go ahead Girls only, boys please wait over there Right, sorry Wakka Huh? What? Ah Ah, Riku is halt Sir Oren I would like Riku to be my guardian Show me your face Huh? Look at me Oh, okay Open your eyes Haha As I thought Um, no good? Are you certain? 100% So, anyway Can I? If Yuna wishes it Yes, I do Thank you Riku is a good girl She helped me a bunch Mm-hmm Well, I'm for it The more to marry her Right up And I'll just have to be the marriest It was strange Even though Wakka had always hated the Albed Riku, act your service He never realized Riku was one of them Yeah Yeah Äh Es ist halt Wakka Was erwartest du? Äh Ist eigentlich nicht gerade schön Weil Was mache ich nur mit dir? Bekommt sie halt erstmal gar nichts reizen Was ist das schon reizend? Mit Tieren das wäre glaube ich ja haupt Weg Bestechen genau Das wäre so der hauptweg von ihr Die müssen wir hier hoch Bestechen Imitieren Das sind so ihre hauptfähigkeiten Hm Riku muss auf jeden Fall gelevelt werden Sollt ihr relativ schnell gehen bei ihr? Achja, es gibt doch mal ein Tutorial mit ihr Schatztruhen im Kampf Schatztruhen im Kampf Lassen sich mit dem Befehl Clown im Spezialmenü öffnen Wenn alle Monster besiegt sind Können diese Schatztruhen nicht mehr geöffnet werden Zudem werden die Kisten zerstört Wenn man sie angreift Also wenn wir eine Schatztruhe finden Müssen wir klauen You should know I'm scary when I get mad I'm gonna use that item I just got on you You'll be sorry Bastel schon Denn mit Rikus extra So erzähl ich Basteln können immer 2 items Die sich im Winter befinden Zu einem neuen kombiniert werden Welche wirken dieses neue zusammengepastelt Item haben Ist leider nicht bekannt Zum Test wollen wir einmal 2 Bombers sehen Aus der Truhe kombinieren Okay Also können wir alles Hier kombinieren Alle item Und was da rauskommt Das ist dann Er muss so kleine Überraschung Man kann sich die Rezepte merken Und dann Wissen Jetzt wissen wir 2 Bomberseelen sind W-W-w-w-W-w-w-w-w-w-w-w-w-wut W-w-w what did you just do wirklich auch schon fährt es gibt bestimmt auch im internet weil es jemand interessiert fertig rezepte die was man verwenden kann auch durch jemand kennt doch rezepte jetzt mal sehen wie viel sie bekommen es war echt schwieriger ja ihr wisst ja was jetzt kommt das ende vom kopf bei ihr wisst ja immer den gleichen kampf wenn ich euch auch nicht antun mega pushen quadro salam wir sind an unserem ziel angekommen ja drenge schon wir haben wir uns erwartet, Frau Yuna willkommen zu Guadal-Salam diese Seite, meine Frau diese Seite äh, äh, ich? wo, 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 wo oh, ich begle, deine Begräu ich bin Trommel Guado ich bin in der direkte service unserer Leiter der großartig Seymour Guado Herr Seymour hat sehr wichtig mit Frau Yuna mit mir? mit mir? was könnte es sein, ich frage? bitte, komm in die manor ja, all will be explained of course your friends are also welcome twist our arms, why don't you? ah, I almost forgot aus dem Bau, Rico die Albed gehört nun der Leibgarde an deswegen können Waffenrüstung jetzt durch Umbau versteigt werden sehen wir uns an, wie das funktioniert man kann Ausrüstung umbauen, indem man Abilities hinzufiegt verwenden sie beim Umbau diverse Items um Abilities mit ihrer Ausrüstung zu verbinden wählen sie die Ausrüstung, die sie umbauen möchten äh, es gibt allerdings Ausrüstung, die sich nicht umbauen lassen befindet sich in der Abilities Liste unten rechts ein freies Feld ist ein Umbau möglich das heißt kein Umbau ohne freie Felder es gibt auch Ausrüstung, die sich trotz freier Felder nicht umbauen lassen nun wählen sie die gewünschte Ausrüstung eine Liste mit verfügbaren Abilities öffnet sich rechts oben sehen sie auch das Item, das benötigt wird links steht die Anzahl der Items, die sich im Eventar befinden rechts die Anzahl der Items, die nach dem Umbau übrig bleiben ein Umbau kostet sie Items verfügen sie nicht über die benötigte Menge wird die Ability in Grauern gezeigt und ist nicht anwählbar haben sie erstmal die Ability gewählt werden sie gefragt, ob sie sich ganz sicher sind also wieder wenn das Starlike oder alles 20.000 mal bestätigen muss bestätigen sie den Umbau ab und zu kommt es vor, dass sich der Name der umgebauten Ausrüstung verändert so viel zu Umbau der Ausrüstung machen wir das habe ich auf jeden Fall verwendet weil das ist extremst wichtig würde ich auch gleich mal Umbau ausnutzen wollen hier zum Beispiel die Abendsonne Barock Schwert Barock Schwert Barock Schwert Da ring der Strecke könnte Auto ich hätte auch nichts gescheites dabei klauer Bruderherz gibt es selber noch Sachen habe ich nichts dabei na gut ich würde mich dann verabschieden für diese Folge ich hoffe ihr hattet Spaß dabei und schaltet das nächste Mal wieder ein hier bei Final Fantasy 10 bis dahin auf Wiedersehen bis mal Samen bis mal was alles es bis j Bis zum nächsten Mal.